Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Aufsehen. AfD-KRA-Büro holte EU-Daten ab. Sensible Daten aus EU-Parlament durch Büro von KRA, von AfD abgegriffen. Ein Bericht enthüllt, dass Mitarbeiter des Büros von AfD-Politiker Maximilian KRA Zugang zu sensiblen Daten aus dem Europäischen Parlament erlangt haben. Diese Informationen betreffen mehrere politische Themen und Bereiche, die als vertraulich eingestuft sind. Die Berichte deuten darauf hin, dass eine Reihe von Online-Antworten auf Anfragen von Abgeordneten aus dem EU-Parlament abgerufen wurden. Dabei betrafen die abgerufenen Daten verschiedene politische Themen und beinhalteten auch sensible Informationen. Die Identität der betroffenen Abgeordneten wurde nicht offengelegt. Dieser Vorfall wirft ernsthafte Fragen über die Datensicherheitspraktiken des Europäischen Parlaments auf und unterstreicht die Notwendigkeit einer strengeren Überwachung des Zugangs zu vertraulichen Informationen innerhalb der Institutionen. KRA, ein Vertreter der AfD im Europaparlament, hat die Anschuldigungen zurückgewiesen und behauptet, dass sein Büro die Daten auf legalem Weg erhalten hat. Er merkt allerdings an, dass diese Informationen öffentlich zugänglich sind und dass ihr Zugang nicht gegen die Regeln des Parlaments verstoße. Trotz dieser Einwände hat der Vorfall eine Debatte über die Sicherheitsprotokolle des Parlaments für sensible Informationen ausgelöst und die Frage aufgeworfen, ob die aktuellen Maßnahmen ausreichend sind. Die genauen Konsequenzen dieses Vorfalls sind noch unklar. Die zuständigen Behörden haben jedoch eine eingehende Überprüfung versprochen, um festzustellen, ob die aktuellen Sicherheitspraktiken ausreichend sind oder verbessert werden müssen. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Vorfall zu strengeren Datenschutzbestimmungen innerhalb des Europaparlamentes führen wird und welche Auswirkungen dies auf die aktuelle politische Landschaft haben könnte. Die Anschuldigungen gegen KRA und sein Büro sind schwerwiegend und werden zweifellos das Potenzial haben, die politischen Debatten in den kommenden Monaten erheblich zu beeinflussen. Samstag, 27. April 24. Autor Anita Farke Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.